Dienstagnacht. Hier ist die Dinner-Party aus Köln. Gastgeber Oliver Pocher begrüßt heute als Gäste Ozan Yaran, Milka Lov-Fernandes und Keno Veit. Beim Spieleabend, wer sich ziert, verliert. Das Spiel heißt, wer sich ziert, verliert. Ich weiß selber nicht genau, was passiert. Titti. Kaka. Das ist leider lustig. Es gibt eine Rat- und eine Tatkarte. Bei der Ratkarte geht es um Chefsfragen, wo es um allgemeine Fragen der Runde betreffend geht. Wer ist am witzigsten? Wer hatte die meisten Sexpartner in seinem Leben? Wer guckt am ehesten kitschige Romanzen? Zeiten scheiden lassen und so weiter. Und bei Tat passiert immer etwas lustige Spiele, die wir uns ausgedacht und vorbereitet haben. Das ist versaut. Oh, no, no. Surfen! Wind... Surfen? Matrix. Ich muss gemein sein. Nein, kann ich nicht. Entschelze. lên stack PayPal. Mercer leichtes. Entschelze. Willst du zu sein? Koch. Die Z hervarianten. Die Z